Ja hallo und herzlich willkommen wieder zu einem neuen MTA Scripting Notorial. Und heute, wie schon versprochen, zum Weihnachtsevent passend unser Hut-System. Und ich denke mal es werden jetzt zwei Folgen werden, weil ich doch etwas ein bisschen genauer erklären möchte. Aber mal sehen, vielleicht passt es auch in eine. Notfalls ja, mache ich eben zwei. Besser zu viel als zu wenig erklärt. Als erstes brauchen wir aber die Ressource Bone Attach. Die findet ihr im Multiself-Auto-Ressourcen-Download. Und ja, einfach nach Bone Attach suchen. Dann kommt ihr auf jeden Fall zu dieser Ressource. Damit könnt ihr nämlich Elemente an Pets, beziehungsweise Spieler, attachen. Also das ist so wie rankleben. Und die bewegen sich dann nicht nur mit dem Spieler mit, sondern auch mit den Körperteilen des Spielers. Sprich, wir attachen unsere Hüte dann an den Kopf des Spielers. Und wenn der Spieler jetzt hier die ganze Zeit so, ja, wenn er atmet, sich so hin und her bewegt, dann würde sich der Hut auch mit hin und her bewegen. Und nur mit Attach Elements, da würde das einfach nicht gehen. Der Hut würde dann einfach in der Luft schweben. Und das wäre natürlich relativ sinnlos. Gut, diese Ressource habe ich auch schon installiert. Und wir sind ja auch schon in unserer Test-Ressource. Da habe ich den neuen Ordner Head System erstellt. Und auch alles schön eingetragen in unsere Settings.Lua Head System gleich True. Ich habe auch die Schrift ein bisschen größer gemacht diesmal. Das ist klein-seitig, server-seitig. Und ich habe ja einfach nur gefragt, if is testable head system, also wollen wir es gerade testen. Dann soll es die Ressource bone-attach starten. Sprich, falls sie noch nicht gestartet ist, wird sie dann von NTA automatisch gestartet. Und das darf unsere Ressource, weil wir ihnen hier oben die Rechte gegeben haben. Und ich auch gerade in der NTA-Server-Konsole hier die Rechte hinzugefügt habe. Da könnt ihr einfach ACL Request Allow Test All machen. Und natürlich passiert jetzt nichts, weil es keine Rechte möchte. Aber trotzdem, da würde es dann alles erlauben. Gut. Fangen wir direkt an. Samaka hat mir zum Glück einen Hut geschickt. Einen Weihnachtshut, also eine Textur und das Modell davon. Den müssen wir jetzt erstmal importieren. Und dazu möchte ich euch direkt die Wiki-Seite zeigen. Wir gehen jetzt hier nämlich einfach mal auf Engine. Engine. Load. Gehen wir auf DFF. Und ihr seht schon, es ist sehr einfach. Wir haben ja einfach nur die TXT, die DFF. Und die müssen wir einfach nur einfügen. Das mache ich extra. Ich habe es euch jetzt extra nochmal gezeigt, weil es im NTA-Forum relativ viele Beiträge gibt. Ja, wie füge ich K-Mods ein und so weiter. Und es ist exakt das gleiche mit dem Hut. Wenn ihr jetzt auch Infernus einfügen möchtet, ist es exakt das gleiche. Also fügen wir das ja kurz ein. Natürlich schreiben wir ja vorne noch local davor, damit die Textur und DFF-Variable nicht in den ganzen Dateien hier erstellt wird. Und unser Hüte, beziehungsweise unser Hut ist hier unten WrestleMods.SantaHead.dff und .txt. Und die DFF-Datei ist jeweils die, die dem Modell die Form gibt. Und die TXT-Datei, da sind die Texturen drin. Wir können auch mal kurz sehen. Ähm, wo ist es? Achso, ihr könnt es natürlich nicht sehen. Moment. So. Äh, wir haben hier Ressourcen, äh, Mods. Die DFF-Datei ist nur 17 Kilobyte groß und die TXT-Datei 65, also insofern kein Problem. Ähm, wir packen aber hier noch einen Event-Händler hinzu für OnClientResourceStarts. Da möchten wir unsere Ressource haben, also, upsala, RessourceRoot. Die Funktionsklammern können wir auch leer lassen. Damit also die Modelle erst geladen werden, wenn die Ressource gestartet hat, sprich, alles heruntergeladen hat. Denn wenn wir ein Modell laden, weil es noch nicht heruntergeladen hat, dann wird es einfach nur einen Error geben. Und jetzt auf dieser Wiki-Seite von, äh, BoneAttach ist ja schon ein Beispiel. Exports.BoneAttach.AttachElementsToBone. Das kann ich kurz erklären. Exports sind einfach nur, es ist eine feste Variable, die es in MTA gibt, sowohl klein als auch serverseitig. Und dann kommt danach der Ressourcenname. Doppelpunkt Funktion, die man in der Ressource aufrufen möchte. Dazu ist es aber wichtig, dass die Ressource die Funktion auch aktiviert hat. Wir können auch mal kurz sehen unter BoneAttach, ob wir da etwas finden. Und dann, äh, zum Beispiel in der Meta. Ah ja, hier ExportType. Server und Client, sprich, hier werden die ganzen Funktionen für andere Ressourcen aktiviert. Und somit können wir Funktionen von anderen Ressourcen aufrufen, ohne dass wir jetzt das gesamte BoneAttach hier rein importieren. Und in unsere Meta schreiben. Gut, das aber nur nebenbei. Äh, der Pad wäre also ich, sprich, LP. Und, ach so, jetzt brauchen wir natürlich noch ein Element, beziehungsweise ein Modell, bei dem wir diese gesamten, also TXD und DFF ersetzen. Und da gibt es einen relativ einfachen Trick. Ich stoppe mal kurz Test. Und starte den, ups, Editor. So. Schauen wir hier in Freeroom rein. Und dann gibt es hier die Objekte, die heißen Casino-Items. Hier, Casino-Items. Und da ist eigentlich, äh, nur Rotz drin, kann man schon versagen. Hier, diese ganzen Chips zum Beispiel. Niemand braucht diese Chips. Und deswegen können wir jetzt einfach hier den erstbesten ersetzen, die 1853. 1853. Und natürlich TXD und DFF auf das gleiche Modell ziehen. Somit haben wir das Modell 1853 jetzt mit unserem Hut ersetzt. Gut, also erstellen wir das nochmal hier kurz. LocalHead gleich CreateObject. 1853.000. Das stellen wir einfach auf der Mitte der Map. Ist ja vollkommen egal. Wir Heads. Und, äh, ja, dazu komme ich gleich noch. Jetzt können wir erstmal den Editor wieder zumachen. Das war eigentlich nur, um euch zu zeigen, wo es das gibt. Ähm... Subeditor. Ganz viele tolle Errors. Und Start. Play. Wie geht's? So. Gehen wir wieder zurück an den Anfang. Das war ungefähr hier, hoffe ich. Vielleicht. Perfekt. Und jetzt würde ich einfach mal sagen... Äh, ja, das passt alles. Restarten wir nochmal kurz. Das kann sein, dass es jetzt einfach gelöscht wurde. Nein. Okay, warum erstellt es unseren Hut nicht? Damit können wir jetzt einfach, äh, Output Chatbox überprüfen, was hier eigentlich passiert. Ob es das überhaupt geladen wird hier. Ah ja. Wahrscheinlich, weil ich es nicht in die Meta eingetragen habe. Äh, Client Head System. Irgendwas. Ja. Da habe ich es einfach nicht in die Meta eingetragen. Okay. So einfach kann man Skripts entbacken. Höhöhöh. Ähm. Schreiben wir das noch kurz rein. Dauert ja nicht lange. Head System. Client Head System Main.lua. Perfekt. Restart. Okay. Und jetzt haben wir hier die Weihnachtsmütze am Arm. Oder an der Hand. Oder was auch immer. Und jetzt seht ihr schon, die sieht relativ cool aus. Sprich, wir wollen die jetzt natürlich auf dem Kopf haben. Und dazu gehen wir nochmal hier hoch auf die Ressourcenseite. Da steht nämlich Function Descriptions and Bone IDs can be found in functions.txt in the resource. Sprich, alles was wir brauchen steht in der Ressource. Gehen wir doch mal rein. Functions.txt. Ah ja. Bone IDs. Eins Head. Wunderbar. Ähm. Attach Element to Bone. Da haben wir also Element Pet Bone. Sprich, das dritte Argument müsste eigentlich eins sein. Also das hier setzen wir das mal auf 1. Mal sehen, wie es aussieht. Naja, fast. Ähm. Setzen wir das so raus. Also das hier hinten sind die drei Rotationsangaben und das die Positionsangaben. Vielleicht setzen wir das einfach mal auf 0,5, damit es etwas höher ist. Naja, fast. Vielleicht auch doch nur auf 0. Ja, setzen wir das 0,05. So müsst ihr eben ein bisschen rumtesten, bis es ungefähr passt. Okay. Ich hätte das eigentlich auch schon zuvor machen können, aber ganz ehrlich, lernt ihr gleich mal, wie krass das immer ist, wenn man irgendwas testen möchte. Gut. Äh, jetzt hat es ungefähr die gleiche Höhe. Es macht nichts, wenn die irgendwie zu groß ist oder so. Denn die Skins haben ja auch unterschiedliche Köpfe. Und wenn ihr das jetzt an einen Skin wunderbar angepasst habt, dann passt es bei manchen anderen vielleicht nicht mehr. Gut. Aber wir können es mit so trotzdem noch ein bisschen kleiner stellen, indem wir einfach... Äh, 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 Sets, Elements... Oh nein, ich weiß die Funktion nicht mehr. Set Object Scale war das, glaube ich. Jetzt machen wir mal auf 0,8. Ja, okay. Jetzt ist sie ein bisschen kleiner, die Mütze. Fast schon ein bisschen zu klein. Hm. Aber wir sehen, dieser... Äh, die Mütze hat so eine ovale Form. Und der Kopf ist nach vorn oval, also könnten wir die theoretisch um 90 Grad drehen. So, dass diese Bommel nach hinten zeigt. Und schon... Perfekt. Müssen wir sie nur noch etwas verschieben. Weil eigentlich passt die schon fast. Also ihr seht schon, es kommt... ...nah einer Mütze. Jetzt muss sie noch etwas nach rechts. Das ist die... ...zweite Koordinate. Setzen wir auch mal auf 0,05. Mal sehen, ob sie da nach rechts oder links geht. Jetzt habe ich es nicht gesehen. Also vielleicht... ...0,1. Upsala. Äh, schieben wir diesmal etwas nach drüben. Oh, ich schiebe es die ganze Zeit nach vorn. Das erklärt einiges. Äh, 0,1. So. Okay, dann muss es also genau umgedreht sein. Minus 0,1. Ist ein bisschen ein Koordinaten hin und her schieben, aber irgendwann passt es dann eventuell. So natürlich auch nicht. Minus 0,05. Ich merke nicht, ich passe es doch zu genau an. Fast. 0,3. Es ist 100 pro 0,3. Yeah. Jetzt ist es zu weit vorn. Setzen wir das mal wieder auf 0. Mal sehen, was passiert. Hm. Es sieht alles noch nicht so ganz toll aus, wo ich jetzt sage, oh wow, das ist der beste Hut, den ich je gesehen habe. Aber so, ja, so, so lassen wir das jetzt. Ist ein bisschen zu hoch, aber das macht ja nichts. Auf jeden Fall hat dieser nette Pet jetzt hier einen Hut. Aber, jetzt sehen wir das natürlich nur Client-seitig, denn wir haben jetzt ja Client-seitig einen Client-Resource dort eingetragen. Sprich, jeder Spieler würde seine Mütze für sich selber sehen, aber er würde nicht die Mützen von einem anderen Spieler sehen. Und anstatt, dass wir jetzt irgendwie richtig krasse Sync-Vorgänge machen, was ja natürlich total sinnlos wäre bei so einem Hut-System, äh, attachen wir das einfach serverseitig und dazu erstelle ich kurz eine neue Datei, nämlich unter Server, äh, Folder, Head-System, packen wir hier die neue Datei Main.lua rein. Die muss natürlich wieder in die Meta. Server-Database kopieren wir uns einfach das. Übrigens habe ich hier oben noch die, äh, Scripting-Extensions vom Map-Petitor reingepackt. Die gibt es bei jeder Map dazu, damit auch der Weihnachtsbaum ordentlich geladen wird. Äh, Head-System. So. Jetzt dürfte diese Datei auch geladen werden. Und da können wir sogar das hier reinpacken. Braucht es nicht in der Main rumzugammeln. Und hier haben wir also Platz. Sprich, wir erstellen erstmal eine Vorschleife, die für alle Spieler in der, äh, die schon online sind, die Mütze erstellt. Äh, Get-Elements-By-Type-Player-Do. Und natürlich brauchen wir auch eine Tabelle, wo wir das drin speichern. Local. Äh. Nehmen wir sie einfach, Heads, gleich Tabelle. Heads, Player, gleich. Und jetzt hole ich mir das einfach aus dem Client-Script. Das können wir natürlich auch raushauen. Heads. Punkt, äh, Heads mit dem Index-Player ist jetzt unser Objekt. Deswegen müssen wir es auch hier so verwenden. Jetzt attacken wir es natürlich an den Player und nicht an den Local-Player. Mal sehen, ob das schon funktioniert. Das dürfte aber eigentlich gehen. Oh nein. Get-Elements-By-Type. Achso. Äh. Groß geschrieben. Wunderbar. Jetzt haben wir also serverseitig unsere Mütze und jeder andere Spieler würde diese Mütze jetzt auch sehen. Jetzt können wir das natürlich noch etwas ordentlich einrücken, so. Und ihr merkt schon, was ich hier vorab. Heads, Player, gleich. Create Object. Und, äh, wenn wir jetzt abfragen, if Heads und dann mit dem Spieler-Argument, dann würde es natürlich auch wieder ausgeben, dass es das Objekt ist und nicht irgendwie nichts. Und somit können wir abfragen, ob der Spieler schon einen Hut hat oder nicht, ganz ohne Element-Data. Und jetzt erstellen wir noch einen Händler, äh, wenn der Spieler joint. Und, äh, wenn wir jetzt einfach auch das Root-Element, das erspart uns einige Arbeit. Ähm, wir können das natürlich auch so machen. Wir erstellen uns hier oben zwei Funktionen. Local Add-Head-Player. Achso. Was mache ich denn? Local Function Add-Head-Player. Ja. End. Was mache ich denn? Das will einfach nicht end schreiben, so. Und dann noch die Funktion Local Function Remove-Head. Und dann brauchen wir hier keine Funktion, sondern machen einfach noch Add-Head. Ähm, wobei, was bekommen wir denn eigentlich bei On-Player-Joint zurück? Das wäre jetzt mal relativ interessant. Ah, Source is the Player. Sprich, wir können es nicht einfach mit, äh, Player abfragen, denn Source gleich Player. Äh, kommt denn irgendwas anderes zurück? Nein, keine Parameter. Also können wir einfach abfragen. If not Player, denn Player gleich Source End. Oh, das ist sehr schön eingerückt. So. Das erkläre ich kurz. Wenn wir Add-Head aufrufen und einen Spieler haben, also indem wir jetzt einfach hier Add-Head machen und dann ein Spieler-Element, dann würde es diese Zeile einfach gekonnt überspringen. Aber wenn wir jetzt hier mit diesem Event-Händler aufrufen, dadurch, dass hier keine Parameter zurückgegeben werden, ist der erste Parameter nichts. Und deswegen fragt es einfach ab, wenn es nicht diesen Parameter gibt, dann ist der Parameter Source, denn Source ist in einem Event immer das Element, was auf dem Event, also warum dieses Event getriggert wird. Und bei On-Player-Joint ist es logischerweise der Spieler, der gejoint ist. Gut, das gleiche ist nochmal für On-Player-Quit, das schaue ich aber nochmal kurz nach, weil ich glaube, da gab es eine, äh, Parameter, ja genau, String-Quit-Type. Äh, aber das können wir auch ganz einfach lösen. If Type Player gleich gleich String. So, äh, das erkläre ich auch nochmal kurz. Wir bekommen bei On-Player-Quit, äh, ein Parameter als erstes, als erstes Argument zurück, String-Quit-Type. Da gibt es einfach nur an, was denn der Spieler gemacht hat, um das, äh, ja, um einfach aus dem Spiel zu gehen. Und das ist natürlich immer ein String und nichts anderes. So steht das hier. Und deswegen können wir einfach abfragen, wenn dieses erste Argument ein String ist, dann ist Player-Source. Genauso wie hier oben ist die gleiche Erklärung. Und dann machen wir noch At-On-Player-Quit-Remove-Heads. So, jetzt haben wir schon mal unsere erste Funktion. Die machen jetzt natürlich noch nichts. Deswegen sagen wir hier einfach, packen wir das raus. Heads-Player, das bleibt ja alles so. Und wir machen hier unten noch, das kann alles raus. Und Destroy-Element-Heads-Player, damit es also das Objekt an sich zerstört, wenn der Spieler offline geht. Also sonst habt ihr dann einen Haufen schwebende Hüte, denn das will wirklich keiner. Und Heads-Player gleich nil, damit wenn ein anderer Spieler die User-Data bekommt, also sprich den Wert vom Spieler, dass dieser dann nicht irgendwie noch Reste der Tabelle übrig hat, um dann, keine Ahnung, es kann zu Bugs führen auf jeden Fall. Ist jetzt ein bisschen schwer zu erklären. Ja, dann wird das einfach auch nil gesetzt, sprich diese Zeile wird wieder aus unserer Heads-Tabelle gelöscht. Gut, jetzt müssen wir natürlich hier auch noch Add-Head-Player machen. Und jetzt würde ich das gerne nochmal kurz zusammenfassen, denn ich habe so das Gefühl, dass ich jetzt ziemlich schnell alles erklärt habe und dass vielleicht Skripte, die gerade am Anfang stehen, das nicht ganz verstanden haben. Und das wäre natürlich sinnlos, warum sollte ich ein Tutorial machen, was keinem was bringt. Also, wir haben hier erstmal unsere Vorschleife. Die fügt beim Ressourcen-Start allen Spielern, die gerade online sind, einen Hut hinzu. Einfach nur, damit alle Spieler einen Hut haben. Denn ansonsten müssten, wenn ihr auf eurem großen Server zum Beispiel die Ressource startet, alle Spieler reconnecten, sprich den Server verlassen und wieder drauf gehen, damit sie einen Hut bekommen und mit diesen drei Zeilen kann man diesen ganzen Aufwand einfach verhindern. Und natürlich möchten auch alle Spieler, die nach dem Ressourcen-Start auf euren Server kommen, noch einen Hut haben. Deswegen haben wir diesen Event-Händler hinzugefügt. Und wenn der Spieler dann wieder disconnected, möchten wir nicht, dass die Hüte dann ohne Spieler irgendwo rumschweben oder irgendwo noch Objekte stehen, die einfach, ich sag mal, Datenmüll sind, die braucht ja dann keiner mehr. Ja, deswegen haben wir hier Remove-Head verwendet, um den Hut vom Spieler wieder zu löschen. Und die ist mit dem Player, das war vielleicht etwas komisch erklärt, ihr müsst euch vorstellen. Egal, was ich hier reinschreibe, es wird immer das erste Argument sein. Also auch, wenn ich hier Hans reinschreibe, das ist genauso wenig ein Spieler, wenn es halt eben kein Spielerelement ist. Sprich, wenn ich jetzt hier aufrufe, äh, Remove-Heads und irgendeinen Text eingebe, dann wird das einfach, äh, dieses hier ausführen, denn, obwohl wir hier oben Player stehen haben, bedeutet das einfach nur, dass wir unserer ersten Variable hier einen Namen gegeben haben. Und wenn diese Variable ein String ist, dann wird Player Source sein, was natürlich in dem Fall auch relativ sinnlos wäre und nichts macht. Äh, vielleicht sollte ich hier sogar noch ein, äh, if-Abfrage reinbauen, if-is-Element-Heads-Player, damit wir einfach mal abfragen, ob es das denn überhaupt gibt. Denn es wäre relativ sinnlos, ein Element zu zerstören, was es gar nicht gibt. Und wir sollten vielleicht auch noch abfragen, if-Heads-Player, denn, weil ansonsten würde nämlich jeder, oder wir fragen hier oben einfach ab, ob denn die Zeile in der Tabelle überhaupt existiert, denn ansonsten bringen die ganz anderen Zeilen dann auch nichts mehr hier unten. Und diese if-Heads-Player könnt ihr euch einfach nur vorstellen, wenn es in der Tabelle Heads den Eintrag Player gibt, also den Eintrag mit dem Element des Spielers, oder beziehungsweise den Eintrag mit dem Wert, den wir hier übergeben, dann soll jetzt irgendwas passieren. Das ist, äh, genau das gleiche, wenn ich es hinschreibe, äh, gleich gleich true. Wobei hier ist das Problem, hier vergleicht es, ob es wirklich true ist. Und es ist ja nicht true, denn es ist unser tolles Objekt. Deswegen sowas immer nicht machen, denn ihr wisst ja nicht, was in der Tabelle drinsteht. Also meistens schon, aber in dem Fall zum Beispiel nicht. Und da fragt ihr einfach ab, ob es denn überhaupt existiert. Der Wert davon ist erstmal vollkommen egal. Hauptsache, es ist ja etwas da. Gut, jetzt testen wir es nochmal kurz, natürlich, dass ich irgendwo einen Rechtschreibfehler drin habe. Sieht, äh, momentan ganz gut aus. Wir haben also hier einen Hut an uns dran kleben. Und ich würde mal sagen, wir sind erst bei, äh, wie ich das überblicke, 22 Minuten, 23, keine Ahnung. Dann könnten wir da schnell zwei Commands schreiben, mit denen die Spieler die Hüte auf- und absetzen können. Natürlich mache ich diese Commands jetzt nur, weil ich eure Systeme nicht kenne. Wenn ihr zum Beispiel ein, äh, Klicksystem habt, dann können die Spieler einfach auf sich selber klicken und den Hut wieder absetzen und so weiter. Aber ich möchte jetzt nicht mit euren Systemen dann irgendwie, äh, in, ja, dass eure Systeme dann mit meinem nicht mehr funktionieren oder so. Das will ich einfach nicht. Und deswegen mache ich es jetzt einfach mit Command-Händern. Den wir hier kurz Add Command-Händler. Äh, nennen wir es einfach Head. Function. Jetzt kommt unsere Tabelle wieder ins Spiel. Und das erste Argument von Add Command-Händler ist immer ein Spieler, der den Command eingibt. Das kann ich euch kurz zeigen. Hm, wo ist das? Sind hier mal Händler-Function-Parameters. Hier, erstes Argument ist immer ein Spieler. Gut. Fangen wir hier also weiter an. Äh, Head Player haben wir das ja genannt. Also, if Head Player, das haben wir ja schon hier oben gemacht, indem wir, also hier haben wir jetzt abgefragt, ob es denn überhaupt einen Hut gibt. Denn, else, ich mache das mal kurz fertig, so. Äh, if Head Player, then, remove Head. Sprich, gibt es einen Hut, dann entferne ihn bitte. Und andererseits soll es denn, äh, den Hut anlegen. Sprich, wir geben einfach dann Slash Head ein und schon geht es los. Slash Head. Bam. Slash Head. Bam. Genau. Ihr seht, wir können jetzt diesen Hut einfach, äh, ganz normal auf- und wieder absetzen. Und jetzt vielleicht noch ein kleiner Tipp, wenn ihr wirklich wollt, dass bestimmte Spieler-Skins zum Beispiel eine andere Hut-Position haben, weil ihr sagt, uh, das ist mein Skin, ich möchte das so genau wie möglich haben mit 100 Nachkommastellen, dann bitteschön. Dann zeige ich euch, wie das geht, kein Problem. Wir erstellen uns hier oben einfach eine neue Tabelle. Local Head Pos. Das ist also einfach nur die Positionstabelle und wir wissen, wir brauchen sechs Koordinaten, nämlich drei Positions- und drei Rotationskoordinaten. Wobei die Rotation gar nicht so wichtig ist, aber wenn wir es schon machen, dann machen wir es natürlich richtig. Der Index von dieser Tabelle ist jeweils der Spieler-Skin, denn mit, also damit können wir halt den Skin abfragen. Und jeder Skin hat eine ID, vielleicht finden wir den sogar mal schnell. Skin IDs. Wunderbar. Hier habt ihr zum Beispiel eine Auswahl von Skins. Und mein Skin, den ich immer verwende, diesen, äh, wie heißt er nochmal, Wusi, der hat die ID 294. Also schreiben wir hier kurz rein, 294 gleich unsere Einstellungen für einen perfekten Skin. Und wenn ihr dann eine weitere Zeile hinzufügen wollt, einfach Komma, dann eine neue Zahl, zum Beispiel 0, das ist der CJ-Skin, der ganz normale Standard-Skin. Wieder reinpacken, alles in eckige Klammer. Und das kann man nicht vergessen. Und hier setzen wir ihn einfach dann mal auf minus 90. Dann seht ihr, was ich meine. Und wir brauchen noch local head, äh, nehmen wir jetzt einfach Standard-Post gleich. Das ist auch wieder eine Tabelle, aber da steht einfach nur unsere Einstellung drin. Sprich, wenn es später, was wir jetzt noch skripten, diese zwei IDs, also weder die noch die ID, der Skin hat, dann soll es ein andere, also diese Einstellung verwenden. Gut, dann würde ich sagen, if head, post, get element, model, player, sprich wir fragen einfach das Modell vom Spieler ab, also den Skin. Und wenn es diesen Skin als Index in dieser Tabelle gibt, dann, achso, natürlich noch kurz eine kleine Variable, äh, local post gleich Standard-Post. Und wenn es die Position in dieser Tabelle hier drin gibt, wird das einfach überschrieben mit unserer Voreinstellung. So, hier hinten können wir dann einfach Unpack, äh, Post machen. Und Unpack ist einfach eine Funktion, die sozusagen, also ihr könnt euch das bildlich vorstellen, sie nimmt diese Zeile, nimmt daraus alle Werte, kopiert sie und packt sie in die Funktion rein. Das ist einfach nur Unpack. Funktioniert nicht immer, ehrlich gesagt, aber ich denke mal, hier funktioniert es schon. Also wenn ihr zum Beispiel hinten noch weitere Argumente habt, dann schlägt das meistens fehl, aber hier dürfte es funktionieren, ansonsten zeige ich euch noch kurz, wie es anders geht. Äh, testen wir mal kurz. Tudu, Test, Running. Okay, wir haben jetzt natürlich hier nur den normalen, wenn wir jetzt hier einen, den Skin 0 setzen, müssen wir nochmal restarten. Und ihr seht schon, diesmal ist der Hut andersrum. Oh, wow, das war sehr interessant. Ähm, diesmal ist der Hut andersrum, denn wir haben natürlich eine andere Skin-ID. Hier, und wir können natürlich die Standardposition jetzt noch total übertreiben, zum Beispiel auf 1, sprich der Skin, äh, der Hut schwebt direkt über dem Skin. Jetzt sind wir, oh, ne, nicht so eine Zahl, aber zum Beispiel 21, keine Ahnung, ah, hier ist der Gangster, ist das. Wir starten wir kurz, und jetzt sehen wir, das ist die Standardposition von dem Hut, den wir haben. Gut, ich habe es jetzt fast genau in 30 Minuten geschafft, ein gesamtes Hut-System zu schreiben, und ihr seht, es ist tatsächlich nicht schwer. Und wenn ihr das noch ein bisschen ausbaut, dann könnt ihr euch auch andere Hüte noch aus dem Internet suchen, also Hut-Modelle, und konvertieren. Ich glaube, iLife hat auch noch ein paar Hüte in der Ressource auf GitHub, und da würde ich einfach mal sagen, viel Spaß mit eurem neuen Hut-System. Wie immer findet ihr dieses gesamte System, wie auch alle anderen Systeme eigentlich, bei mir auf der GitHub-Seite, unten in der Beschreibung, würde ich sagen, wir sehen uns, euer Master-M.